er war mit sich machen Moritz HB bei ihm an immer sein dass für mich er echt Geld macht auf Fakker verpiss dich aber ja genau mit der Zeitweiter oder mehr liegt sein diese Stück zu groß kann ja Scheiße, weg, 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 weg. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, das war noch gar kein Fenster, das. Au. Hihihihihihi. Abgewartet und reinhatsen da. Komm schon. Haben wir noch? Jawohl. Oh, fuck. Oh, ja. Wir haben auch was von Titan zerstört. Hahaha. Äh, Foul. Oh, fuck. Einsteigen, einsteigen, einsteigen. Oh, fuck. Oh, scheiße. Jawohl. Bleibst du da? Scheiße, der möchte nicht da bleiben. Okay, da rüber, 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 rüber. Ah, fuck, arriving. Er, 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 riebing. Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße. Stürmt natürlich da jeder hin und... Ah, fuck, da kommen wir wieder nicht drauf. Lauf, 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 lauf. Oh, Gott, wie kommen wir denn da rauf? Wie kommen wir denn da rauf? Äh, da raus. Shit. Fuck. Ah, das hat mir ja da wichtig. Kacke. Kacke. Oh, was soll er, da geht's ab, ey. Aber da kämpfen sie noch miteinander. Hahaha, scheiße. Wow. So, Leute, ich werde mal ganz kurz die Aufnahme zerbrechen, wenn ich mich mal schauen muss, wie viel Platz das in mir auf meiner Festplatten habe. Und wir sehen sie dann gleich wieder. Also, eigentlich nur eine ganz kurze Unterbrechung. Bin gleich wieder da. So, Leute, wieder hier. Kurze Unterbrechung ist vorbei. Äh, wir nehmen wieder das von vorher. Obwohl mir der Loadout von dem Titanic gefällt. Also nehme ich... Mal den da. Mal austesten. So. Äh, ich hab auch einen Modus einmal gewechselt. Und zwar spielen wir jetzt... Ähm, 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 ähm... Attribution. Also, äh, sprich, Team Deathmatch, glaube ich, ist das... Okay, ihr seid schon in Titan? Okay. Da bin ich ja gerade mal... Fick dich da oben, ey. Fick dich. Hast du gar nicht auf unsere... unsere Titan schießen. So. Titan daher. Wow. Das ist jetzt schon nicht gegangen. Pilot Mode engaged. Wow. Fick dich. Oh. Oh, fuck. Ah, ich wollte ihm nur ein paar Raketen enddrucken. Ah, der hat ja... Er hat ja das Server. Gut, dann nehmen wir die Sidewinder. What the fuck? Okay, wir sind aus Zeitwinder und der Feind ist etwas vor. Wir müssen es jetzt umgekehrt. Wir sind fertig. Ja, okay, super Schuttschild. Verpiss dich jetzt einmal mit deinem Schuttschild. Gut, das sind nur die Bots, so, also, aber die müssen wir auch aus dem Weg räumen. Weil das ist ja nicht lästig. Oh, scheiße, der lebt ja noch. Okay, das war jetzt kaputt nicht. Okay, 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 okay. Oh, was sind sie denn alle? Oh, fuck. Oh, fick dich. Ja, mit der Schratze, du Ficker. Ey, überhaupt nicht umeinander gecheatet, du Ficker. Ah, gut, die Runde ist ja schon wieder vorbei. What? What the fuck? Hahaha, scheiße. Komm schon, du schaffst schon mal. Rein da mit dir. Rein, 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 rein. Ja. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ja, Mist, you're right. Ja, ich sehe, weil ich tot bin irgendwie, so ganz nebenbei. Na gut, was ich jetzt da auch schon gesehen habe, ich muss, ich muss noch ein bisschen was bei die Optionen umstellen. Also, das heißt, ich werde dann noch mal ganz kurz das Menü unterbrechen. Und bei die Video-Settings was umstellen, damit das Ganze ein bisschen flüssiger laufen tut. Na gut, dann sehe ich mir, bis gleich. So, Leute, wieder zurück im Spiel. Alles fertig umgestellt. Ah, also, das Spiel ist eh schon von Haus aus schon mal so schnell. Und ich habe da jetzt einmal die Grafik ein bisschen runterdrehen müssen, weil mit Fraps haut das überhaupt nicht hin. Ich habe es einmal mit, ähm, die X-Tory probiert. Ähm, hat, hat nur einen schlechten Effekt gehabt. Also, ich weiß nicht, also, ich denke mir ja, dass es der, der komische Nebel irgendwie ist, ja, der was, der was überall durchwabert, ja. Und an das, außerdem, der Nebel ist sowieso vollkommen scheiße, ja, weil dann das dann nämlich auf YouTube, wenn das Video komprimiert wird, äh, dann extrem scheiße und verschwommen ausschaut. Oder so, oh, jetzt sehen wir mal, den komischen Roboter, oder? Mit seinem Toaster in der Fresse. Oh. Ja, genau, aus die Kapseln kommen übrigens die, 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 die Bots raus. Also, die Grunts und Inspectors. Na, komm, da rauf, so. Treffen sollte man heute auch was, oder? Es ist echt ein Graus. Wow. Wow, fuck. Ah, leck mich doch. Gut, gut, gut. Oh, 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 oh. Ne, he, he. Wo zur Hölle? Ah, das ist ja nicht aufgefühlt. Das ist wieder. Das geht ja schon mal gut, die Runden. Obst, das ist das Ding? Wo sind die jetzt hin? Besser. Da kannst du mir. Da frisst Granate. Oder auch nicht. Scheiße. Wir haben ja Zeit für die erste. Ah. Smartpistol. Ah, komm schau. Der hat ja auch eine. Scheiße, 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 scheiße. Ah, ich stirb schon. Ach, Gott sei Dank. Ach so, das war nur ein Grant. Oh. Okay, da war nur einer. Äh. So. Rein mit dir. Und auf in die Schlacht. Alter, die laufen wir da vor die Flinte. Schon nimmer bis. Na, komm schau. Oh, scheiße. Ja, genau. Wer will kommen denn oder noch? Eject. Alter Schwede. Puh. Was macht denn der da unten? Obgesehen davon, dass er stirbt. Oh, das ist der Elektro-Ding. Elektro-Smoker. Oh, der Katzons. Wow. Ah, scheiße. Das war vielleicht nicht so gut. Oh, das war vielleicht nicht so gut. Komm schon mal nach. Oh, fuck. Rein, 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 rein. Oh, das war vielleicht nicht so gut. Oh, das war vielleicht nicht so gut. Jawohl. Jawohl. Wo sind's denn? Wo sind's? Hehehe Komm herr da Jawohl Oh What the fuck Okay, hier und da hat mich gerade oben geschossen da Ah shit Ah, nein, jetzt hat er mich da Wecker geschossen da, jetzt kommt mein Titan aber Genau, follow me Jawohl Kämpf dich da durch Kämpf dich da durch Komm schon, nehm mich auf, nehm mich auf Nein, jetzt hat, nein, scheiße Ah Dammit Jawohl Das war die, no, okay, egal Ach so, jetzt haben wir schon beim Epilog Okay Jawohl, rein da mit euch Ich meine, nur was muss man schon sagen, es ist schon schon verdammt geil los, wenn die da so durch die Straßen laufen und so Alter, komm schon, machen fertig Oh, naja Ich war erster, aber auch nicht Ich war erster Doch, ich war erster Acht gilt Acht gilt Hm Mit einem Ping von 129, what the fuck Was ist denn das für Legis Server Okay, ja, das ist jetzt die Chance, oder? Aber wir können ja nicht über Level 14 aus Ja, die Beta halt Sagen wir mal, oh, da passt eh nur, es ist ein Moment Das ist das ok, ne, 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 wieso blinkt das da so komisch? komisch es nervt für einmal so muss von das karten sprich das was da steht tod und lebendig du kommst mit mir blablabla hübsch so auch was aber damals dann mal was neu ist anscheinend um wappen sehr geil aber gut andererseits ist sie sehr fett roter pfeil oder wo man wo man getroffen wird also genau das ist das dass er nicht mehr so lange braucht